Google Maps ist, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich eine der wichtigsten Apps, die ich auf meinem Handy habe. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein. In diesem Video haben wir für euch deshalb 18 der besten Tipps und Tricks zusammengestellt, sowohl für die App als auch für die Website. Starten wir direkt mit einem super Tipp für die Bedienung am Handy, den ich selbst erst vor ein paar Tagen gelernt habe. Wie oft ist es so, dass man kurz zoomen möchte, aber man hat nur eine Hand frei. Und die übliche Geste mit den zwei Fingern ist also raus. Es gibt aber trotzdem eine Möglichkeit. Ich kann einfach doppelt auf den Bildschirm tappen, um herein zu zoomen. Ich kann aber auch doppelt tappen und dann halten und dann meinen Finger einfach nach oben und unten bewegen, um in beide Richtungen ganz schnell mit einem Finger zoomen zu können. Ich kann mir in Google Maps jederzeit speichern, wo ich mein Auto geparkt habe. Alles, was ich dazu tun muss, ist auf den blauen Pin in Google Maps zu tappen und dann, wenn ich in der ersten Zeile ein bisschen nach rechts swipe, kann ich auf Parkplatz speichern klicken. Ich bekomme dann diesen kleinen gelben Pin, der mir meinen Parkplatz markiert und dann kann ich ganz einfach wieder zurück dorthin navigieren. Besonders hilfreich, wenn man vielleicht Urlaub macht und in irgendeiner fremden Stadt unterwegs ist. Den Pin kann ich jederzeit dann wieder entfernen, indem ich ihn einfach auswähle. Dann sehe ich hier gespeicherter Parkplatz und kann das mit Löschen einfach wieder von meiner Karte entfernen und den nächsten Parkplatz genauso wieder speichern. Es gibt auch die Möglichkeit, Maps zu sagen, dass wir unseren Parkplatz immer automatisch speichern wollen. Dazu müssen wir einfach rechts oben auf unser Profilbild klicken und dann im Menü Einstellungen auswählen. Wenn wir dann zur Navigation gehen und ganz nach unten scrollen, dann haben wir hier die Option zum Parkplatz-Standort speichern. Hier müssen wir dann natürlich den entsprechenden Standortzugriff gewähren, aber dann kann Maps das Ganze für uns immer automatisch übernehmen. Übernehmen. Wir können während der Navigation ganz einfach mit der Spracherkennung von Google arbeiten. Und so müssen wir nicht selbst auf dem Handy herumtippen, gerade beim Autofahren, sondern können einfach sagen, was wir machen möchten. Eine Möglichkeit, das Ganze zu tun, ist hier oben in der Suchzeile auf das Mikrofon zu tippen und dann kann ich einfach sprechen. Noch einfacher ist es allerdings, wenn wir oben auf unser Profilbild klicken, dann zu den Einstellungen gehen und Navigation auswählen. Und hier kann ich dann auswählen mit OK Google, auf Assistant zugreifen, kann das Ganze speichern und jetzt so immer verwenden. Ich navigiere jetzt hier gerade und kann zum Beispiel sagen, OK Google, zeig mir Tankstellen auf meiner Route. Und dann bekomme ich die Ergebnisse hier angezeigt, jeweils auch mit der Zeit, die das Ganze für mich als Umweg dauert, also hier zum Beispiel 3, 3 und 5 Minuten. Genau so kann ich während der Navigation auch einfach sagen, OK Google, navigiere mich zur nächsten Tankstelle. Und dann wird mir einfach direkt die nächste Tankstelle ausgewählt und ich kann dorthin navigieren. Wir können das Icon für unsere Navigation ändern und statt unserem Pfeil zum Beispiel ein Auto verwenden. Alles, was wir dafür tun müssen, ist auf das Icon tippen und dann können wir ein anderes auswählen, zum Beispiel dieses rote Auto. Wir können Offline-Karten speichern, wenn wir vielleicht etwas von unserem Internetvolumen sparen wollen oder wissen, dass wir an bestimmten Stellen überhaupt kein Internet haben und trotzdem auf Maps zugreifen wollen. Dazu können wir einfach auf unser Profilbild oben klicken und Offline-Karten auswählen. Hier habe ich zum einen Zugriff auf meine bereits gespeicherten Karten und kann dann hier mit eigene Karte auswählen eine neue erstellen. Hier kann ich dann den Ausschnitt anpassen, also das, was ich mir gerne speichern würde. Je größer das ist, desto mehr Speicherplatz nimmt das natürlich auf meinem Handy weg. Wenn ich zufrieden bin, kann ich hier einfach auf Download klicken. Ich sehe hier in diesem Fall, kann das in etwa 25 MB meines Speichers belegen und sobald ich das dann heruntergeladen habe, habe ich jederzeit auch Offline-Zugriff auf diesen Kartenausschnitt und kann dort navigieren. Ich kann mit Maps auch meinen Standort in Echtzeit teilen. Alles, was ich dafür tun muss, ist wieder auf meinen blauen Punkt zu klicken, der mich markiert und dann kann ich Standort teilen auswählen. Hier kann ich jetzt noch auswählen, für wie lange ich diesen Standort teilen möchte. Standardmäßig ist das eine Stunde und mit wem ich das Ganze teilen möchte. Ich könnte das hier zum Beispiel mit meinem Kollegen Timothy teilen und das hier einmal bestätigen. Die andere Person kann jetzt genau sehen, auf ihrer Version von Maps, wo ich mich gerade befinde und auch, wenn ich mich dementsprechend bewege. Wenn ich das möchte, finde ich in den Einstellungen Optionen, um bei der Routenplanung Autobahnen, Mautstraßen oder Fähren zu vermeiden. Dazu muss ich oben rechts auf mein Profilbild klicken und Einstellungen auswählen. Unter Navigation finde ich dann, wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, die Routenoption. Wir sehen hier zum Beispiel Autobahnen vermeiden, Mautstraßen vermeiden, Fähren vermeiden und als neue Option haben wir jetzt hier sogar drin, dass kraftstoffsparende Routen bevorzugt werden. Das bedeutet, eine Route, die vielleicht sogar ein bisschen länger ist, aber durch den Verkehr oder durch die Straßenbegebenheiten, vielleicht Autobahn statt Landstraße, einfach weniger Sprit vermutlich verbraucht wird, kann hier bevorzugt benutzt werden. Ich kann jederzeit Zwischenstops zu meiner Route hinzufügen und das ist gerade auf der mobilen Version vielleicht nicht ganz so intuitiv. Ich habe hier schon eine Route geplant und alles, was ich tun muss, ist ganz rechts oben auf diese drei Punkte klicken und dann kann ich Stop einfügen auswählen. Hier kann ich dann einen beliebigen weiteren Stop hinzufügen und wenn ich auf den drei Strichen auf der rechten Seite halte und das Ganze hin und her bewege, kann ich die Stops in der Reihenfolge auch verändern. Ich kann mich von Maps daran erinnern lassen, dass ich rechtzeitig losfahre. Wir könnten ja mal sagen, ich möchte zur Fellhornbahn navigieren. Die Fellhornbahn hat normalerweise ihre erste Bergfahrt um 8.30 Uhr und jetzt kann ich dementsprechend sagen, ich möchte um 8.30 Uhr direkt da sein. Ich kann dann hier jetzt die Route auswählen, allerdings anstatt jetzt direkt zu starten, kann ich ganz unter die ganzen Anweisungen scrollen und dann hier Erinnerungen für die pünktliche Abreise aktivieren. Hier kann ich jetzt angeben, entweder wann ich abfahren möchte oder wann ich ankommen möchte. Und ich kann dir ja mal sagen, ich möchte morgen am 3. Februar direkt um 8.30 Uhr dort ankommen. Das Ganze kann ich dann hier so einstellen und speichern und dann werde ich von Google Maps mit einer Push-Notification eine Erinnerung bekommen, wann ich losfahren muss. Und das Ganze bezieht natürlich immer den aktuellen Verkehr dann mit ein. Ich kann für Orte, die ich immer wieder oder häufig verwende, Labels hinzufügen und sie ganz schnell finden. Wir könnten ja mal zum Beispiel sagen, ich muss immer wieder zu einem Parkplatz von meinem Lieblings-Skigebiet navigieren, aber mir fällt einfach nie die Adresse ein. Und ich würde das trotzdem gerne einfach schnell und leicht eingeben können. Dazu muss ich zunächst einmal die Adresse herausfinden. Und in meinem Fall ist das hier diese Adresse des Parkplatzes von der Fellhornbahn. Wenn ich das Ganze dann auswähle, kann ich hier auf der linken Seite ein Label hinzufügen. Und in meinem Fall könnte ich jetzt zum Beispiel einfach mal Skigebiet hinzufügen. Das Ganze kann ich dann speichern und jetzt muss ich nichts weiter tun, als in meiner Suche, wenn ich das Ganze wieder finden will, Skigebiet eingeben und es wird mir direkt vorgeschlagen und ich kann es wieder auswählen und dorthin navigieren. Ich kann mir auch Orte in Listen speichern. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich möchte eine Liste, in der ich alle guten Skigebiete habe, in denen ich schon mal war, dann kann ich das einfach anlegen. Ich beginne dazu einfach mal mit einem dieser Orte, bei mir ist es wieder das Fellhorn, und dann kann ich hier links in der Spalte auf Speichern klicken. Es gibt hier verschiedene vordefinierte Listen, wie Favoriten, möchte dorthin, etc. Man kann allerdings auch immer eine neue Liste erstellen. Und ich könnte meine neue Liste ja einmal Skigebiete nennen. Ich kann das Ganze dann erstellen und dann wird mir dieser Ort direkt zu dieser Liste hinzugefügt. Ich kann dann immer einfach links oben auf dieses Hamburger Menü klicken und direkt als erstes in diesem Menü ist meine Orte. Und wenn ich das auswähle, dann finde ich hier meine Listen und hier auch meine neue Liste Skigebiete. Wenn ich die auswähle, sehe ich hier alle Orte drin, die ich hinzugefügt habe. Ich kann das Ganze sogar teilen, wenn ich auf diesen Button klicke, mit anderen Personen, vielleicht mit der Gruppe, mit der ich immer Skifahren gehe. Und die Personen, mit denen ich das teile, können dann auch selbst Orte zu dieser Liste hinzufügen. Ich kann in Google Maps ganz einfach Entfernungen und Flächen messen. Wenn mich jetzt zum Beispiel einfach interessiert, wie weit ist denn die Luftlinie von Stuttgart nach München, dann kann ich einfach auf Stuttgart einen Rechtsklick machen oder irgendwo anders auf der Karte natürlich und ganz unten Entfernung messen auswählen. Und dann kann ich einfach auf einen anderen Punkt auf der Karte klicken und die Entfernung bekommen. In meinem Fall klicke ich jetzt also einfach auf München und dann sehe ich, hier ist diese Luftlinienentfernung zwischen diesen beiden Punkten, die ich ausgewählt habe, 189 Kilometer. Sehr interessant. Vielleicht interessiert mich aber auch eine Fläche. Und dazu habe ich hier die Mercedes-Benz Arena, also das Stadion des VfB Stuttgart und kann hier einfach mal die Fläche berechnen, die hier zwischen diesen Sätzen vorhanden ist. Dazu klicke ich wieder an einem Ausgangspunkt mit der rechten Maustaste und wähle wieder Entfernung messen aus. Und dann kann ich einfach in alle weiteren Ecken klicken, also einmal in die Ecke, einmal in die Ecke, in die Ecke und dann wieder zurück zu meinem Ausgangspunkt. Und sobald ich das mache, bekomme ich hier unten die Gesamtfläche ausgegeben. In diesem Fall sind das 9830 Quadratmeter und die gesamte Entfernung einmal außenrum sind 402 Meter. Wenn ich also hier einfach weiterklicke und verschiedene Entfernungen mir angebe und zurück zum Ausgangspunkt gehe, also diesen Bereich schließe, dann berechnet mir Google automatisch auch die Fläche, die von diesen Linien eben eingeschlossen ist. Ich kann eine Route, die mir Google Maps vorschlägt, einfach mit Drag & Drop verändern. Ich habe hier schon eine Route von meinem aktuellen Standort nach Esslingen eingegeben und jetzt kann ich einfach diese Route, an welcher Stelle ich auch möchte, packen und das Ganze verändern, indem ich es zum Beispiel hier hinziehe. Und dann wird die Route so umgeplant, dass ich eben an diesem Punkt vorbeikomme. Ich kann das Ganze jederzeit rückgängig machen, indem ich den Punkt, den ich verändert habe, den wir hier sehen, einmal mit einem Doppelklick anklicke und dann wird das Ganze zurück auf die Ausgangsroute gesetzt. Ich kann Google Maps auch nutzen, um Informationen über den öffentlichen Nahverkehr zu bekommen. Wenn ich eine Route ausgewählt habe, kann ich neben dem Auto und zu Fuß gehen oder Radfahren auch hier öffentliche Verkehrsmittel auswählen. Sobald ich das mache, bekomme ich hier verschiedene Vorschläge, welche Busse, Bahnen etc. ich nehmen muss und wie lange ich da dementsprechend unterwegs bin und kann mich auch so durch den öffentlichen Nahverkehr navigieren. Besonders dann, wenn man in anderen Ländern im Urlaub ist, hat mir das schon wirklich viel Zeit gespart. Ich kann Google Maps nutzen, um typische Verkehrslagen anzuzeigen. Alles, was ich dafür tun muss, ist in der linken unteren Ecke hier mich zu Ebenen bewegen und dann kann ich hier auf Verkehr klicken. Sobald ich das mache, sehe ich, wie aktuell gerade der Verkehr läuft, wobei grün flüssiger Verkehr ist und die üblichen Abstufungen, orange, gelb bis rot, natürlich dann Stau sind. Ich sehe hier unten, dass das die aktuelle Verkehrslage ist. Ich kann das hier allerdings auch einmal anklicken und normale Verkehrslage auswählen. Und dann kann ich jetzt für verschiedenste Zeiten nachschauen, wie der Verkehr ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schaue mal für Freitag gegen 15, 16 Uhr, dann sehe ich, dass hier natürlich der Feierabendverkehr kommt und könnte versuchen, so herauszufinden, welche Straßen vielleicht nicht so ausgelastet sind, wenn ich nach einer Alternativroute in mein verdientes Wochenende suche. Ich kann Google Maps nutzen, um eine Übersicht über verschiedene Flugpreise zu bekommen. Ich habe hier schon eine Route vom Flughafen Stuttgart nach Rom zum Beispiel ausgewählt und in der linken Spalte hier mit dem Flugzeug ausgewählt. Ich kann jetzt allerdings einfach mein Ziel bewegen, könnte zum Beispiel sagen, wir schauen mal, wie das nach Marseille aussieht und dann sehe ich hier immer Vorschläge für Hin- und Rückflüge mit dem entsprechenden Preis dazu. Ich könnte zum Beispiel hier nach Barcelona schauen, bekomme einen Preis oder nach Split in Kroatien und kann so einfach relativ schnell sehen, wie aktuell die Flugpreise ungefähr so sind, von meinem Heimatflughafen aus zu verschiedenen Zielen. Ich kann Street View von Google nutzen, um mir nicht nur diese Karte anzuschauen, sondern wie es dort wirklich ausschaut. Ich kann sehen, wo Street View verfügbar ist, wenn ich auf das kleine Männchen hier rechts unten klicke. Und alles, was jetzt hier blau hervorgehoben wird, ist von Street View erfasst und kategorisiert. Hier sieht man, wenn man ein bisschen raus scrollt, dass tatsächlich Deutschland ein relativ heller Fleck in dieser Street View Karte ist. Dementsprechend wollen wir jetzt mal zum Beispiel uns das Ganze in Paris anschauen. Hier kann ich einfach mal ein bisschen hereinscrollen und wir wollen uns einfach mal anschauen, wie das beim Eiffelturm aussieht. Wenn ich das sehen möchte, dann kann ich einfach dieses kleine Männchen hier unten nehmen, auf meine Karte bewegen und irgendwo dort fallen lassen sozusagen, wo dieses Street View verfügbar ist. Hier kann ich mich dann bewegen und kann mir das Ganze anschauen und sehe hier zum Beispiel den Eiffelturm. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass ich hier sozusagen auch auf die Geschichte eines Orts zurückgreifen kann, indem ich hier oben links auf weitere Zeiträume Anzeigen klicke. Und wenn ich das mache, dann bekomme ich denselben Ausschnitt, den ich gerade sehe, zu verschiedenen Zeitpunkten. Wir sehen, das aktuellste Bild hier ist vom Mai 2022. Ich kann mir zum Beispiel auch anschauen, wie das im Mai 2018 aussah oder im Juli 2015 und kann mich so einfach ein bisschen durch die Zeit sozusagen durchbewegen und eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Ich kann, wenn ich mit einem Musikdienst wie zum Beispiel Spotify oder Apple Music Musik hören möchte, mir die Steuerung für diesen Dienst in die Navigation mit einbinden. Dazu kann ich einfach hier rechts auf mein Profilbild klicken und Einstellungen auswählen und dann finde ich unter dem Punkt Navigation, wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, Musikwiedergabe steuere. Hier kann ich dann meinen bevorzugten Dienst auswählen. Ich könnte zum Beispiel mal Spotify wählen und dann kann ich das Ganze während der Navigation nutzen. Nehmen wir mal an, ich möchte zur Förderbahn navigieren und klicke auf Start. Dann sehe ich jetzt hier unten diesen kleinen Button von Spotify mit Musik laufen lassen. Das Ganze kann ich dann auswählen und dann wird Spotify für mich hiermit eingebunden. Ich kann das Ganze dann hier jederzeit pausieren oder vor- und zurückspringen und muss, um meine Musik zu steuern, die Google Maps Anwendung einfach nicht mehr verlassen und so zwischen den Apps hin und her springen. Hast du noch einen anderen Tipp für Google Maps? Dann schreibe es uns doch in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.